Also servus zusammen, ich bin der Celestor und willkommen zu einer weiteren Runde TNT Battles. Diesmal bespiele ich gegen PPPVK. Ja, und er kann sich auch mal willkommen heißen, er ist auch im Teamspeak. Ja, hallihallo Leute, hier, ich bin mit meinem Channel auch mit dabei. Und, ja, wollen wir dann beginnen, Celestor? Ja, 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 dann fangen wir an. Danke. Und los geht's gleich mal hier. So, schnell gekauft, schnell gekauft. Ich bin da total langsam. Oh. Ähm, jo, brauche ich. Und bei mir ist halt das Problem, ich hab noch keinen Plan, wie viel ich kauf, deswegen, ich kauf da immer so ein wenig auf gut Glück. Wie schon mal beim anderen Battle gesagt, ich würde den Gegner nicht unbedingt aushungern. Ja, 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 man sollte das noch nicht machen, sonst meckert der noch am Ende. Ja. So, ich bin schon fertig mit dem Kaufen, würde ich sagen. Äh, ich theoretisch auch. Ähm, das... Also mein Raptor, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber ich glaub, ich mach deine Wassersicherung nach. Ah, ne, ja, ich denk, das stört ihn nicht, wenn du ihn kopierst. Aber ich kann natürlich nicht für ihn sprechen. Weil der hört dich grad leider nicht, der ist nur hier, aber... Das ist ein wenig, ja. Du kannst es ihm ja von mir ausrichten. Hä? Ja. Hä? So. Warum ist das Wasser grad bei mir nicht gekommen? Das ist komisch. Mal Eis kaufen. Hä? Ah, ich hab mir in weißer Voraussicht gleich mal zwei gekauft. Hab ich auch. Deswegen, und beide haben irgendwie nicht funktioniert. Ähm. Ah, das ist komisch. Moment. Oh, ich seh grad, ich hab hier zu wenig Platze. Äh, bei mir hab ich grad ein bisschen Problem. Irgendwie sagt mir das Teil hier, es nimmt nicht auf. Ah, es nimmt die, äh, nimmt die, das Audio nicht auf. Ähm, zum Glück hast du jetzt alles mitgezeichnet. Ja, ja, ich hab alles aufgezeichnet, auch deine Audiospur. Ja, okay, dann, ähm. Wenn es bei dir jetzt nicht läuft. Riege ich mich gleich mal da drum. Weil erstmal möchte ich wissen, warum das Wasser bei mir nicht funktioniert. Oder eher gesagt, erstmal baue ich meine Kanone. Ich möchte nicht wieder sechs Minuten an meiner Kanone sitzen und sie dann wieder nicht fertig haben. Ja, ich bin bald fertig. Ich will dich damit jetzt nicht beunruhigen, aber es geht bei mir rund. Äh. Sag ich jetzt mal. So, dorthin. Ah, jetzt kommt das Wasser. Na bitte. Äh, ich dachte gerade schon, das hat gerade die Aufnahme gestoppt. Irgendwie will man eine Aufnahme-Software ein bisschen nicht. Ja. Oh, manchmal spackt es halt rum. So. Das kann schnell passieren. Ist halt ähnlich wie Minecraft, hat mal seine Launen. Oh, mir geht ja wirklich alles aus, hey. Mal alles nachkaufen. Jetzt kriegst du ganz viel TNT auf einmal. Diesmal versuche ich mal nicht zu sterben. Dann schauen wir mal. Als du mein letztes Battle gesehen hast. Ja, ich habe alle gesehen, aber ich kann die nicht so gut auseinanderhalten. Das sind einfach zu viele inzwischen, glaube ich. Für mich. So, diesmal sammle ich dieses eine Scheißteil dort nicht ein, nur um die da zu sterben. In weiser Voraussicht. Lass... ...unterlasse ich das jetzt mal. Und widme mich... Das ist mir auch schon passiert, mal. ...holgend ganz meiner Kanone. Und jetzt Augen zu, ob alles klappt bei mir beim ersten Schuss. Oh, oh, oh. Irgendwas hat nicht geklappt, aber es ist auch nicht explodiert. Ich stand jetzt schon kurz vor einem Freudenschrei. Irgendwas, ich glaube, hier ist da was daneben. Da muss ich hier mal... Oh je. Ich habe leider den Spot ein wenig falsch gesetzt, beziehungsweise die Druckplatte und ein Fenster. Ah, okay. Aber es ist nichts kaputt gegangen, Gott sei Dank. Ah, da... Oh. Ich muss auch gerade mal was umbauen. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich nicht so gut von der Gruppe. Ich fahre jetzt auch fast gleich runter. Obwohl ich eigentlich bei dem Battle, wo wir gegeneinander gemacht haben, recht gut war. Aber ich glaube das nur, weil ich halt noch, sagen wir mal, mit meinen einfachen Techniken gut vorankam. Ich baue gerade meine einfachste Kanone. Und zwar fast dieselbe wie vor meinem letzten Mal, nur dass sie dieses Mal ein bisschen kompakter ist. Und deswegen schneller beim Aufbau. Und jetzt gucken. Das funktioniert bei mir. Oh, ich dachte gerade schon, deine Kanone ist in die Luft gefangen, denn das war hier drüben ziemlich laut. Ja, das fliegt ja halt rüber. Weah, kein... kein Ding da drüben. Ah, shit. Aha, verdammt! So. Schaut's bei dir aus? Bin gleich fertig. Oh. Ach, du bist noch ein Bound. Ah, ich schieß schon. Yo, ich hör's. Das könnte ich vielleicht sogar mal gewinnen, auslandsweise. Nee, das lasse ich nicht zu. Oh, ich hab' bereits einmal verloren, das macht nicht normal. Ja, du, du hast... Das ist vielleicht noch kein Plan, ja. So, ähm... Weil ich... Jeder schießt, ich bin mit einer Ladung, dann oder... Wie, bitte? Schießt, du mit einer Ladung oder... Also, mit einem Geschoss. Seine Schottis wollten nicht so richtig. Sehr komisch, ich bin jetzt davor. Alter, fliegt das tief, das ist ja komisch. Ja, irgendwie ist man schon mehr komisch. Manchmal muss man einen 3 nehmen oder 4. Aber es kann auch sein, dass es, wenn du, äh... Diese Druckplatte und den Fenst nicht richtig, oder... Irgendwie vergessen hast, dann fliegt es auch nicht mehr gescheit. Zack. Äh, ich will nicht schon wieder verlieren. Äh, oh, ja, ich hab' bei mir... Hätte ich mal Timings ändern sollen. Yes. Äh, ich glaub' ich hab' jetzt grad... Endlich den richtigen Winkel gefunden. Äh, ich glaub' ich hab' jetzt... Endlich den richtigen Winkel gefunden. Äh, jetzt komm' ich! Oh... Aber das ist schief gelaufen und du bist hochgeflogen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, naja, ich, äh, ich hab' sogar überlebt. Irgendwer von den anderen hat's sich überlebt. Mhm, der ist in die Lava geflogen. Bei mir... War's Intradukt oder Kikon? Ja, genau. Ich glaub' es war Kikon. Äh. Äh, also ich bin damals ja nur hochgeflogen und hab' rangesoomt, deswegen ist mir nicht so aufgefallen. Nur wie ich aufgekommen bin, dann quasi, war's ziemlich schnell vorbei. Äh, also, hatte ich nur noch ein halbes Herz oder so. So relativ glücklich war das noch. Also, ich glaub' ich brauch' noch ein paar Schüsse, den Schatz bei dir aus. Ich hab' das Timing ein bisschen runter, damit ich mir eine kleine Plattform dorthin schießen kann, damit ich nicht da da und runterfalle. Weil das wird grad extrem gefährlich. Ah ja, ich wär' vorhin auch fast runtergeschwemmt worden, aber... Ich konnte es noch verhindern. Äh, das ist ja grad komisch. Flugbahn ändert sich ständig durch die Krise. Ja, ich glaub' die Streuung ist relativ hoch geworden seit dem neuesten Patch. Gut, ich kann's nicht so nachvollziehen, weil ich in letzter Zeit nicht so viele Battles gemacht hab', aber... Ja, endlich mal einen guten Winkel, endlich mal. ...so was ich gehört hab'. Verdammter Mist. Ich will nicht sterben. Und wie weit bist du? Also... Ja, ich tu grad Repeater wieder einstellen, weil... Ah, ich muss das grade nicht. Es wird. Ich zerbomb deine Kugel hier in einem schönen Bogen. Oh, das ist gut. Ja, ich bin schon... Ja, ich bin, glaub' ich, schon ein Netherbreak. Vielleicht schon... Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, die Leitung ist noch vorhanden. Ein Schuss soll ich noch brauchen. Nein, nicht schon wieder. Ja, ich schau' mal hier. Ich glaub'. Ich schieß mal eine. Guck mal, wie weit es geht. Und wie gut es läuft. Was du... Ah, du hast die Kikonskanone nachgebaut, oder was? Ich... Ich hab' nicht so viel... Ich hab' nicht so viel nachgebracht. Oh, nee, ey. Gibt's doch nicht. Oh, oh. Hat's doch gereicht. Aber war knapp. Ja. Dann schauen wir mal, wie weit du bist. Ja, bei mir ging der Winkel eigentlich sehr gut. Es hat bei dir scheinbar nicht so geklappt. Mhm. Die ersten vier Schüsse sind komplett hier und in die Lava geflogen. Das war blöd. Ja, und das ist blöd. Mit so einem Start kommt man nicht mehr voran, weil dann halt das TNT keinen Platz zum Landen hat, sozusagen. Und da muss man perfekt teilen, damit es gut läuft. Ich hab' einen schönen Winkel bestätigt. Ja. Das ist relativ gut. Und jetzt spicke ich mal deine Kanone ab. Haha. Habe ich die kopiert? Ja, wahrscheinlich schon. Da fehlt nur noch das obere hier. Hier fehlt eigentlich nur noch ein kleines Blowstone und sowas. Dann wär das voll... So ein Haar. Das ist ganz Kanone. Ja. Ja. Aber ich bin jetzt im Cradle. Ich... Mein eigener Plan ist nicht so gut gewesen, weil ich hab ja immer irgendwie nur einen TNT geschossen. Das ist ein wenig schlecht. Also gut, wir haben einen engen Zeitplan heute. Deswegen bedanke ich mich bei dir. War ein schönes Battle und ja. Ja. Bis zum nächsten Mal, sag ich. Bis zum nächsten Mal. Grüß die anderen noch von mir. Jo, mach ich. Servus. Tschüss. ! Unterschiede! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.